Psst, ganz kurz. Am Montag, den 23.08. um 17.30 Uhr gibt es den zweiten Livestream der Neuland-Rebellen. Und ihr seid eingeladen. Egal ob ihr genesen oder getestet oder geimpft seid. Oder ob ihr gesund seid. Ihr könnt auch mitmachen, wenn ihr gesund seid. Wirklich. Also, Montag, den 23.08. 2021, 17.30 Uhr. Livestream der Neuland-Rebellen. 4G. Genesen, geimpft, getestet, gesund. Okay. 4G5. Genesen, geimpft, getestet, gesund. 4G. Genesen, geimpft, getestet, gesund.